Ja, Freunde und liebe Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Mathe-Thema. Falsches Fach, ich meinte Chemie. Aber egal, ist mittlerweile eh das Gleiche. Wir schauen uns heute das Massenwirkungsgesetz an. Ohne viel rumzureden, ich sage euch wie immer die Aufgabenstellung, wie es normalerweise lauten würde und wie wir jetzt da vorangehen. Ihr werdet eine Reaktionsgleichung haben oder eben nicht. Ihr werdet euch gesagt, Stoff A reagiert mit Stoff B zu Stoff C. Dann müsst ihr das vielleicht selber aufstellen. Aber im Prinzip, ihr habt dann eine Reaktionsgleichung. Ihr habt die Konzentration, die Anfangskonzentration von Stoff A und die Anfangskonzentration von Stoff B. Und jetzt sollt ihr die Gleichgewichtskonzentration dieser Stoffe ausrechnen. Und jetzt fragt sich vielleicht jemand, wo ist der Unterschied? Und dieser jemand hat wahrscheinlich das Thema überhaupt gar nicht kapiert und sollte sich deshalb diese Reihe von Anfang an anschauen zum Massenwirkungsgesetz. Es funktioniert ganz einfach. Vor der Reaktion hat die Reaktion ja nicht stattgefunden. Deswegen ist die Stoffmenge, sorry, die Konzentration von Stoff A die Anfangskonzentration. Ein Mol pro Liter in dem Beispiel. Nach der Reaktion ändert sie sich, weil Stoff A mit Stoff B zu Stoff C reagiert. Und Gleichgewichtsreaktionen sagen aus, dass wir auch am Ende immer noch Edukte haben. Deswegen ist der allererste Schritt, erst zuerst einmal das Massenwirkungsgesetz aufzustellen. Und das Massenwirkungsgesetz, die allgemeine Form lautet, Kc ist gleich C von C hoch C mal C von D hoch D geteilt durch C hoch A von A mal C hoch B von B. Und das haben wir schon bereits hergeleitet und abgedeckt, also gehe ich davon aus, dass ihr das einmal aufstellen könnt. Aber ansonsten ist das ja auch jetzt nicht so schwierig. Ihr seht, wir haben ein A, das heißt der Koeffizient hier ist eine 1. Wir haben ein B, das heißt auch hier setzen wir eins ein. Und wir haben nur ein C, also auch hier setzen wir eins ein. Und wir haben gar kein D, deshalb lassen wir es weg. Dementsprechend sieht das Massenwirkungsgesetz jetzt so aus. Macht Sinn. Jetzt kommt der knifflige Punkt, an dem viele Leute Probleme haben. Aber das ist ja das, was ich gestern im Video abgedeckt habe. Klickt einfach auf das I. Ich mache es jetzt einfach, weil ich habe es ja im letzten Video erklärt. Ich habe Stoff A. Es entsteht nach der Reaktion eine X-Menge von Stoff C. Das heißt, Stoff C hat eine Konzentration von X-Mol pro Liter. Wie ändert sich die Konzentration von Stoff A? Naja, die ändert sich durch die Anfangskonzentration minus X. Und Stoff B ebenfalls. Die Anfangskonzentration von Stoff B minus X. Damit 1 Mol C entsteht, muss 1 Mol A reagieren. Das heißt, damit X-Mol C entsteht, muss X-Mol von A reagieren. Und deshalb minus X. Das wird ja von A abgezogen. Und genau dasselbe ist das für B. Und jetzt, meine lieben Freunde, im nächsten Schritt geht es darum, das Ganze jetzt einzusetzen. Das heißt, ich habe ja bereits Werte, die ihr hier bereits sehen könnt. Wir haben auch Kc von 2. Und wir haben die Reaktionsgleichung. Wir haben das Massenwirkungsgesetz aufgestellt. Jetzt setzen wir ein. Die Konzentration von C haben wir gesagt, ist X. Also hier eine X. Wir haben gesagt, C0 von A minus X. Und C0 von A ist 1 Mol pro Liter. Also haben wir 1 minus X im Prinzip. Hier nochmal eine Sache. Ich weiß jetzt nicht, wie eure Lehrer mit den Einheiten sind. Ich habe jetzt hier keine Einheiten mit aufgeschrieben. Vor allem am Ende werden wir auch keine Einheit haben. Aber wenn ihr jetzt irgendwie hier bei den Klammern auch irgendwie Einheiten mit schreiben müsst, dann tut es mir leid für euch. Wir müssen das nicht machen. Deshalb habe ich es jetzt erstmal so. Aber wollte ich nur nochmal anmerken. So. Und wir haben für Stoff B genau dasselbe. Also 1 minus X. 1 Mol pro Liter minus X. Im nächsten Schritt geht es darum, nach X aufzulösen. Und das könnt ihr natürlich per Hand machen, was niemand macht. Es gibt sowas, das nennt sich Taschenrechner. Und das darf man auch mit zur Schule nehmen und damit auch rechnen. Und das machen wir. Und jetzt ein weiteres Problem. Wir kriegen jetzt zwei Werte für X raus. X1 ist 1,5 und für X2 ist gleich 2. Welcher dieser Werte ist jetzt richtig? Die Antwort ist ganz, ganz einfach. Ihr müsst nur gucken, welcher dieser Werte Sinn macht. Und es ist eigentlich nie der Fall, dass zwei Werte Sinn machen. Ich zeige euch wie. Wenn wir jetzt mal die Anfangskonzentration von Stoff A betrachten, dann haben wir ja 1 Mol pro Liter. Wenn am Ende die Konzentration 2 Mol pro Liter ist für C und ich rechne ja 1 Mol minus 2 Mol pro Liter, dann kriege ich ja einen negativen Wert raus. Aber ich kann jetzt nicht einfach 1 Mol A haben und es reagieren 2 Mol A, obwohl ich nur 1 Mol A habe. Das funktioniert nicht. Deshalb, wenn ihr das macht und ihr kriegt einen negativen Wert raus, dieser Wert funktioniert nicht. Wenn wir 1,5 nehmen, also 1 Mol pro Liter minus 1,5 Mol pro Liter, dann macht das wieder Sinn. Dann haben wir nämlich 1,5 Mol pro Liter. So, Freunde. Im letzten Schritt müssen wir einfach nur diese Gleichgewichtskonzentration ausrechnen. Und das machen wir hier. Also ich habe jetzt hier euch gezeigt, welcher Wert Sinn macht. Und wir haben festgestellt, das macht keinen Sinn. Das macht Sinn. Jetzt müssen wir einfach nur einsetzen. C-Gleichgewicht von A ist 1 minus 1,5. Jetzt habe ich hier nur Mol stehen. Natürlich muss da Mol pro Liter stehen, Freunde. Weiter geht's. Ja, einfach nur einsetzen. Also 1 Mol pro Liter minus 1,5 Mol pro Liter sind 1,5 Mol pro Liter für Stoff A. Das ist das hier. Einfach nur einsetzen. Das sind für A die 1 Mol, für X die 1,5, die wir rausbekommen haben. Für B genau dasselbe. Hier 1 minus 1,5 kriegen wir auch wieder 1,5 Mol pro Liter raus. Und für das letzte, die Konzentration C, haben wir als X benannt. Das seht ihr ja nochmal hier. Wir nennen die Konzentration von CX. Und dementsprechend setzen wir einfach nur den Wert ein, den wir für X bekommen haben. Und das ist auch 1,5 Mol pro Liter. In diesem Beispiel, meine Freunde, nehmen wir jetzt mal ein paar konkrete Werte und auch eine konkrete Reaktionsgleichung. Also mit richtigen Elementen. Wir haben am Anfang die Edukte Wasserstoff und Jod. Und die reagieren gemeinsam zu Jodwasserstoff. Gleichgewichtskonstante ist 51 ohne Einheit. Übrigens, ja, das wollte ich nochmal, bevor wir weitermachen. Gleichgewichtskonstanten können Einheiten haben. Ihr habt im Beispiel hier gesehen, dass wir hier keine Einheit war. Und das ist auch richtig gewesen. Aber wenn wir jetzt beispielsweise eine Gleichung haben, wo wir ganz einfaches Beispiel C² durch C hoch 1 nehmen, dann bleibt am Ende C übrig. Und das hat ja die Einheit Mol pro Liter. Wenn ihr jetzt im Massenwirkungsgesetz seht, dass die Potenzen, zum Beispiel C hoch 3 mal C hoch 1 und unten habt ihr einfach nur C hoch 2, dann passiert folgendes. Dann haben wir C hoch 4 durch C hoch 2 und das ist C². Die Einheit für so eine Gleichgewichtskonstante wäre dann Mol Quadrat pro Liter Quadrat. Das heißt, auch hier an der Einheit könnt ihr erkennen, ob ihr richtig gerechnet habt oder nicht. Hier haben wir jetzt keine Einheit. Machen wir weiter. Der erste Schritt ist ja natürlich das Massenwirkungsgesetz aufzustellen. Und das können wir einmal hier ganz kurz machen. Kc ist gleich C von C² von HI, weil das ist ja unser Produkt, geteilt durch C von H2 mal C von I2. Produkte durch Edukte. Das wäre unser Massenwirkungsgesetz. Und jetzt wäre natürlich im nächsten Schritt die Schwierigkeit, die ich euch am Anfang erzählt habe. Mein Lehrer macht immer eine gute Taktik. Also man schreibt hier so auf, C0 und C Gleichgewicht und dann macht man das mäßig so wie eine Tabelle. C0 von H2 ist 1 Mol pro Liter. Ich schreibe das erstmal 1 hin, damit wir nicht viel rumschreiben. Von I2 ist das 2 Mol pro Liter. Und 2 HI ist am Anfang 0. C0 ist 0. Vor der Reaktion hat es ja noch nicht reagiert, also ist das noch nicht entstanden. Nach der Reaktion wissen wir ja gar nicht, wie viel entsteht, also nennen wir es x. Und hier passiert dann 1 minus 0,5 x. Und hier auch 2 minus 0,5 x. Wie gesagt, geht auf das Video, wenn ihr nicht wisst, wieso das so ist. So, ganz einfach. Und jetzt stellen wir natürlich das Massenwirkungsgesetz auf, also die Werte einsetzen und dann, meine lieben Freunde, nach x auflösen. Und dann kriegen wir auch hier wieder zwei Werte. Einmal etwa 1,87 und einmal etwa 4,64. Und die Frage ist jetzt, welcher dieser Werte macht Sinn? Wir können direkt sehen, dass 4,64 keinen Sinn macht, weil die Konzentration hier beispielsweise wäre dann 1 minus 1,5 x 4,64. Und das wäre dann wieder eine negative Zahl. Deshalb macht es keinen Sinn. Bei 1,87 macht das dementsprechend Sinn. Das wählen wir. Und mit dem Wert rechnen wir natürlich weiter. Der einzige Schritt, der hier noch fehlt, ist die Gleichgewichtskonzentrationen auszurechnen. Auch hier könnt ihr euch das jetzt in Ruhe durchlesen, weil es ja wirklich nur einsetzen. Also da, wo x steht, habe ich einfach die 1,87 gepackt. Und so sollte etwa das Ergebnis aussehen. Meine lieben Freunde, ein letztes, etwas komplizierteres Beispiel möchte ich mit euch noch anschauen. Und dann hätten wir eigentlich alle wichtigen Beispiele durch für dieses Video. Und ihr solltet dann keine Probleme haben. Wir haben eine Gleichgewichtskonstante von 7,5. Auch hier keine Einheit. Das heißt, die Potenzen oben müssen genauso sein wie die Potenzen unten, wenn man die zusammenfasst. So, wir haben für Stoff A 2 Mol pro Liter, für Stoff B 2,5 Mol pro Liter. Und wir haben folgende Reaktionsgleichung. Wie gesagt, wir stellen natürlich das Massenwirkungsgesetz auf im ersten Schritt. Ganz einfach. Im zweiten Schritt machen wir dann mal die Lehrertaktik. Ich mache die zwei einmal hier kurz weg. C0 und C Gleichgewicht. Zack, 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 zack. So. C0 von A ist 2. C0 von B ist 2,5. C0 von C ist dementsprechend 0 und C0 von D ist auch 0, weil die Reaktion ja noch nicht stattgefunden hat. Deshalb haben wir keine Produkte. Nach der Reaktion entsteht, und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, die ich im letzten Video schon gezeigt habe. Ich nenne jetzt einfach das CX. Es entsteht XC. Das ist einfach mit dem Koeffizienten 1. Wie viel D entsteht dann? Naja, 4 mal so viel wie C, also 4X. Und hier muss ich dann ja 2 minus 3X abziehen, weil damit 1X entsteht oder 1 Mol von C müssen 3 Mol von A reagieren. Deshalb entsteht das hier. Und dementsprechend wäre das hier 2,5 minus 2X. So. Das machen wir dann jetzt einmal hier rein, also die Werte einsetzen und dann nach X auflösen. Hier kriegen wir tatsächlich nur einen Wert und dieser Wert macht hoffentlich Sinn und logischerweise. Das ist etwa 0,6. Und dann die Konzentration ausrechnen. Hier könnt ihr euch das nochmal in Ruhe anschauen. Auch hier ganz wichtig, Leute, wenn man hier minus 3X hat, dass man auch die 3 mal X schreibt. Also hier 3 mal X, also 3 mal 0,6 ist 1,8. Und hier dann mal 2. Und dann wären wir das als Endergebnis, was wir haben. Meine Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt daraus was gelernt. Schreibt gerne eure Rückmeldung in die Kommentare. Und wenn ihr weitere Fragen habt, ansonsten sehen wir uns gerne im nächsten Video. Und Rückmeldung interessiert mich wirklich, weil ich versuche, in jedem Video ein kleines bisschen besser zu werden und besser zu erklären. Da könnt ihr mir helfen und wir profitieren beide, meine Freunde. Auf Wiedersehen.